Das Blue Moon Orchestra ist zurück. Live auf der Bühne und mit neuem Album. Die Titel zur CD It's Cotton Club Time wurden alle im eigenen Tonstudio aufgenommen und abgemischt. Wobei wir alle sichtlich Spaß hatten. Die Musik geht von Benny Goodman und Ella Fitzgerald und Louis Armstrong über Kurt Henkels und Bobby Darin bis hin zu Amy Weinhaus. Der Titel von Show und CD It's Cotton Club Time erinnert an den legendären New Yorker Club, in dem die großen Bands zu Show und Tanz aufspielten. Im Nachkriegsdeutschland gab es ähnliche Clubs, in denen viele zeitlose Hits entstanden sind. In Hamburg sind die Nächte lang, so viele schöne Stunden lang. Das Blue Moon Orchestra schlägt mit dieser Produktion eine Brücke von der Popmusik der 30er Jahre bis in unsere Zeit. Die CD gibt es direkt bei uns unter info at blue-moon-music.de Und natürlich auf allen Streaming- und Downloadportalen. Die Premiere zur Live-Show von It's Cotton Club Time war am 01.01.2023 in Kronach. Vor ausverkauftem Haus genossen sowohl das Publikum und natürlich auch die Künstler die neue Show. Ein Teilerlös aller Einnahmen geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus. Für diese Einrichtung sind wir seit vielen Jahren als Botschafter unterwegs. Let's swing again!